Meine Lieblingscafé-Spezialitäten sind jetzt weniger italienischer oder spanischer, sondern eher geprägt von meinen Trainerstationen. Aus Wien ein doppelter Einspeller und eben auch mal die türkische Variante eines Mokka. Aber die höchste Qualität haben mit Abstand diese Bohnen, wo vorher von Schleichkatzen gegessen und wieder ausgeschieden werden. Wir haben jetzt auch mit dem Boateng mal versucht es nachzumachen, aber schmeckt halt schon auch wie Scheiße. Bis zum nächsten Mal.